ja hier ist es anders hier muss man die andersrum anmachen als bei weg mein kopfhörer was ist denn hier mein kragen so dann komme ich jetzt hier gestärkt wieder rein da kommt ja schon die wand krass was hat das denn für ein power move ich schaff das oder und kommt ja auch noch einer nur dass sie nämlich ja ich bin ja schon in der safehause oh ich bin ja schon in der safehause oh ich bin das ist ein safehause das ist ein safehause sich aber voll so an wieso kann ich doch nicht greifen gibt mir doch mal die munition nach der wahrscheinlich schon zu viel dabei ach so muss man nachladen habe ich wohl nicht mehr okay das wir alle verdienen das diesen regen auch du mein freund der hat aber druck ja ich habe den fall wieder zurück das ist so ein damage boost grid was dann da so knapp nach hinten knallt was geht wohl nicht hey was los was los mit dir der kommt gleich hier oben ist da drin und baumaterial ich mag das nicht wenn die hinter mir rumlosen da ist eine tür zum duten was ist hier drinnen und die fresse kaputt steht auf headshots every time ja da kommt sie ganz nah ganz schnell jetzt oh mein gott ja da kommt sie mal ja da kommt gucken ob das ist aber ich meine die wand kommt gleich das meinte ich hier vielleicht noch ein bisschen looten voll fest gegen hauen da ist noch so eine große krisse mann wir make all the difference oh jetzt muss ich aber schnell was heiße da war auch noch Ich loote hier noch die Regale Da kommt die Wand Oh jetzt hab ich die Oh nein Oh nein ja load it up this is one invitation that's too sweet to decline we need to go now i'll go wait for us oh walkers Wenn ihr nicht findet ein paar Waren, dann wird es nicht geregelt. Wenn wir vielleicht ein paar Waren, dann wird es noch besser als vorher.